Yo, was geht? Zocker Zocki am Start. Eine weitere Runde Overwatch, Leute, am Lead Chunk Tower. So, ich hab ja angefangen mit Soldier und dann nehm ich jetzt auf jeden Fall mal die Twacer mit. Schau mal, wie's mit der so läuft. Ich bin Stufe 8. Ja, ich komm immer höher. Langsam, aber sicher. Ja. Oh, die wollen alle drei den gleichen Charakter. Okay. Wenn sie meinen, sollen sie das machen. Ja, Twacer ist auch geil auf jeden Fall, wie Twacer immer die Waffe nachladet. Und dann hier, wenn man R1 drückt, dann kann man so richtig geile Sprünge machen. Also schwierig zu bekommen, Twacer. Ja, aber gut. Ist halt nicht so einfach umzugehen damit. Und wenn man R1 drückt, dann macht man halt so einen Schwung. Ist auch gut, wenn man jetzt von zwei Seiten beschossen wird. Aber gut. Greifen wir erstmal hier an. Wie gesagt, ich muss auch erst wieder so richtig reinkommen. Oh Mann, da ist direkt schon der mit seinem Schild da. Ich hasse den. Wow. Na. Ich muss mich mal hier schnell heilen. Genau das Richtige für zwischendurch. Ja, genau das Richtige für zwischendurch. Oh Mann, ich brauch jetzt unbedingt mal einen Kill hier. Ja, okay. Wenigstens können wir jetzt mal hier einnehmen. Yes. Jetzt habe ich doch mal hier einen Kill auf den Tacho bekommen. Aber trotzdem, wo kann man sich hier aufladen? Okay, hier. Das muss ich mir auf jeden Fall noch merken. Ja, ist ja richtig mutig, da einfach reinzulaufen. Boah. Nein. Jetzt sterbe ich und habe mein Spezial frei. Aber okay. Das ist, glaube ich, diese Bombe, wo man dann in die Menge kann reinschmeißen. Oder was auch immer das ist. Ob das eine Bombe... Doch, ist eine Bombe. Wahnsinn. Oh, die holen wieder einen Moment. Dann schaue ich, dass ich... Na komm, gehe ich schon kaputt? Jawoll. Oh, oh. Schnell da rein. Nee, ich bin betäubt. Ach, der da mit seinem scheiß Sprung da. Der rutscht dann über den Boden und reißt alles nieder, was im Weg ist. Das ist schon heftig. Aber gut, sieht ja im Moment gut aus für uns. Wie viele Kills? Okay, vier Eliminierungen. Ja, ich muss mich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Boah. Schnell weg. Ja. Sehr schön. Boah. Alter, der düster durch. Bäm. Dann ist schon die Bombe gut. Auf jeden Fall auch, wenn Leute in der Menge drin sind. Dann ist die auch super. Boah, die haben auf jeden Fall gar keine Chance. Also wir machen da übelst Druck. Bäm. Killsweak, sechs Spiele, okay. Aber bin leider gestorben. Waren wir jetzt? Okay, zehn Stück. Wow, da habe ich ja noch einmal richtig Gas gegeben am Ende. Ach, haben die jetzt wieder einen genommen? Oh. Ja, manchmal darf man sich da nicht... Ich brauche mein Spezial, komm. Da könnte ich hier alle wegpumpen. Ich muss auf... Gleich ist mein Spezial voll auf jeden Fall, auf 100. Dann könnte ich da in die Menge reinschmeißen. Schnell, schnell. Ach, die nehmen auch schon wieder einen. Cool. Ach, nee. Wie hat denn der mich jetzt gekillt? Okay, Spezial ist frei. Ich muss schnell nach vorne. Ach, das war das... Das komische Teil da, wo da rumfährt. Keine Ahnung, wie das heißt. Schnell, schnell. Nein, und es hat nichts gebracht, Leute. Gar nichts. Oha. Nein, ich bin gefangen. Ich will nicht gefangen sein. So, schnell mal aufladen hier. Komm, jetzt müssen wir das hier machen. Sehr schön. Die erste Runde geht mal an uns. Jetzt kommt die Runde 2. Ja, ich muss mal hier R1 ein bisschen auch noch ausprobieren während dem Kampf. Das muss man halt irgendwie unter Kontrolle bekommen. Dass man da alles verwenden kann. Gut, das da ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man jetzt auch in Gefahr ist oder der Gegner ist da oder zwei. Da kann man zack, so einen Sprung machen und bam. Aber gut. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich werde auf jeden Fall alle Charakters testen. Aufnahme für Aufnahme. Ja, holt ihn Zielpunkt ein. Komm, wir schaffen das, Leute. Ich glaube an euch. Nein. Bäm, Alter. Übelst, was der gerade einen Angriff hier gestartet hat. Heftig. Die sterben. Oh, der explodiert. Huh. Nein. Jetzt hat es mich hier weggerissen wieder. Aber gut. Die Leute von uns nehmen ja gerade wieder einen. Schnell. Schnell. Ah, nee. Jetzt hat wieder das Gegnerteam die Oberhand. Ja, ein Tracer hier. Alter. Alter. Ah, Mist. Okay. Ich konnte nur einen mitnehmen. Mit meinem Spezial. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn da jetzt alle beisammen sind und man trifft, dann ist es echt asozial. Dann fliegen da alle die Luft. Geht. Ja, Kinderspiel. Jawoll. Oh. Na komm Das müssen wir auf jeden Fall dann gut verteidigen Mann ey Ist da noch Twacer am Start oder was? Bewegt sich so schnell Nein Oh man Jetzt nehmen die wieder ein Das ist ja schon heftig Voll das Getümmel hier Oh man Nein Scheiße Ja jetzt hab ich immer noch nicht R1 benutzt Oh man die sind schon fast bei 100% Also diesmal hat sie hier ganz schön Gas gegeben Ne Ah Einer konnte ich nur mitnehmen Ich hoffe das war der Große Na komm schon Mist Boah Okay 25 Kills bis jetzt Das ist ja schon mal eigentlich ein gutes Ergebnis Ich hoffe das war das jetzt halten Ich komme Leute Ich muss nicht aufladen Ich muss mich aufladen Nein Oh jetzt nehmen die wieder ein Jetzt nehmen die hier wieder ein Schnell ich hab Spezial Schade 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 Okay jetzt kommt die letzte Runde Und da müssen wir auf jeden Fall Gas geben Alle Systeme okay Alle Systeme okay Was ist denn das hier für eine Sicht Hallo Ja Zeit die Sau rauszulassen Zeit den Hammer zu schwingen Ja schwing den Hammer Stell dein Geschütz auf Wow Wow Ja, ich verfolge dich. Na, kommt schon. Wir müssen es einnehmen. Ja, okay, vielleicht war das echt unnötig, dass ich das jetzt benutzt habe, aber okay. Wow. Jawohl. Ja, Tacer ist auf jeden Fall blitzschnell wie, äh, Soldier. Der ist ja auch sauschnell. Okay. Stirb, stirb. Komm, wir müssen das machen hier auf jeden Fall. Ach so. Komm her. Come on. Sehr schön. Oh, Kills Week 10. Okay, ich hab mein Spezial. Und sieht ja echt jetzt im Moment gut aus, aber man darf nie zu voreilig sich freuen. Ja, wow. Jetzt geht's aber hier noch immer richtig zur Sache in der letzten Runde. Ja, wow. Bäm, gleich hammers. Komm, wir müssen noch ein bisschen durchschalten. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Hammer geil. Also, jetzt hatten die auf jeden Fall gar keine Chance. Wir haben richtig gut verteidigt und Wazer ist echt ein cooler Charakter. Auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Wenn's euch gefallen hat, Leute, Däumchen nach oben. Ihr wisst ja, für die Neuen ein Abo würde ich mich natürlich sehr mich freuen. Wir sehen uns, Leute. Wir sehen uns, Leute. Ere, 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 Wazer, EreKarsatamente. Vielen Dank.